hallo allerseits herzlich willkommen zu tentacular in vr ich spiele das ganze mit meiner hp reverb g2 und den indexcontrollern ok zeug greifen mit dem trigger ok optionen wenn jemand dich langweilt tipp ihm einfach leicht auf den kopf ok ja ich so hier stellen wir mal alles nach oben deutsch ist ok zugänglichkeit gut zurück so dann öffnen wir mal und starten das ganze entlegener leuchtturm du bist wach hast in letzter zeit viel geschlafen wie hallo ach komm schon du morgenmuffel sagt man seiner eigenen seiner eigenen schwester so guten morgen sogar zum sprechen zu müde tippe leute leuten einfach sanft auf den kopf um zu reden das ist meine schwester na bitte dir auch einen guten morgen hast du vergessen welcher tag heute ist ja du erinnerst dich nicht heute ist dein geburtstag alles gute zum 16 geburtstag ich habe dir einen erdnussbutterkuchen gebacken löscht die kerze und wünsch dir was löschen wir so die kerze oder wir löschen sie so verrat es mir nicht sonst wird es nicht wahr ich kann nicht glauben dass es schon 16 jahre her ist seit seit also höre mal es gibt da was über das wir reden müssen ok ok was nein nein du hast nichts falsch gemacht nein es geht nicht um beschwerden der nachbarn welche nachbarn gut atme tief durch du bist adoptiert ok nein du bist gar kein mensch ich weiß ich weiß das ist jetzt viel auf einmal zum reden tippen bla lass es mich erklären oh hörst du das ja schon da kommt der hubschrauber des bürgermeisters wo hä ah hier gut ah hier guten morgen der bürgermeister von la calma verlangt nach dir bitte komm mit bürger nur einen moment noch ja hör zu ich weiß dass du einige fragen hast und ich verspreche wir unterhalten uns nachher aber das klingt wichtig warte du verirrst dich doch immer wenn du allein zwischen den inseln umher ziehst weißt du denn wie das rücksetzhaus funktioniert nein ich zeig's dir folge mir schau mal über mich dieses gebäude hilft dir dich zurecht zu finden aber benutze es jetzt nicht denk einfach daran in dem haus sind ein rücksetzschalter und ein hebel der dich in die stadt zurück bringt jetzt beeil dich wups hier zur stadt folge dem hubschrauber und begib dich zum stadtrad okay okay oh kannst du näher herankommen moment okay endlich hat ja lang genug gedauert sie warten drinnen auf dich äh wie jungen äh person heute ist dein 16. Geburtstag und das bedeutet du bist jetzt offiziell ein bürger von la calma es wird zeit dass du unserer schönen insel insel die treue gelobst hebe deine rechte ähm hand und sprich mir nach okay sie ist oben los geht's heute gelobe ich der insel und dem volk von la calma die treue ich werde helfen und beschützen ich werde mich nützlich machen und mit meiner hilfe wird unsere kleine insel weit aufsteigen sehr gut sehr gut jetzt möchte ich noch etwas anderes ansprechen es hat viele beschwerden über dein verhalten gegeben von wem fragst du ja das frage ich hör dich einfach um oh okay du was sagst du ich hab dich um hilfe mit den blumen gebeten okay und du hast alle zerquetscht ja äh hallo du du hast die schule ins meer plumpsen lassen ach man so kleinigkeiten du hast mein auto über die insel geworfen tja und ich saß darin mein sohn sagt dass du beim basketball betrügst wieso ich bin so groß du hast meinen elefanten erschreckt ja ja entspannt euch leute ruhe hör zu wir werden sowas nicht mehr dulden ups deswegen musst du innerhalb der bojen bleiben du darfst nur noch dorthin wo du hingeschickt wirst toller geburtstag und du musst der gemeinschaft etwas zurückgeben du musst dir eine arbeit suchen ich kann bäume ausreißen eine aufgabe wie ganz einfach deinen job ermittelt etwas geniales amt das haben wir dem voll äh dem mollusk konzern zu verdanken jetzt geh also amt oder amt ok bonk hehehehe wo so aha und hier ist überall so ein zurücksetzhaus ich bin jau kabel aber du kannst mich ja kabel nennen ich helfe dir einen job zu finden ok danke weißt du schon was du machen willst äh hm wunderbar aber unerheblich dein job wird hier ermittelt dank der arbeit von herrn mollusk konnten wir voreingenommenheit bei bewerbungen nahezu ausschließen alle jobs vergibt jetzt das effiziente das kostensparende autonome motivationstestzentrum also amt kurz amt bitte drück den knopf bereit für den nächsten klienten um mit der maschine zu kommunizieren willkommen bewerber deine beurteilung beginnt antworte wahrheitsgemäß auf fragen kannst du mit der zwölffingermethode schreiben äh nö beherrschst du lackhalm plus plus njet kannst du stadtkarten im maßstab eins zu eins zeichnen oh ja kann ich bist du vertraut mit operationen an menschen nö kannst du strich kurz mit bloßen auges kennen bist du zur körperlichen arbeit in der lage ja vielen dank beurteilungsgespräch abgeschlossen das war sehr informativ jetzt musst du mir zur fähigkeitstestanlage folgen oh da ist ein boot wiii tschüss ups hihihi das ist ah das ist schon cool ok 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 bereit für den nächsten abschnitt mit deiner beurteilung oh hier gibt's score wir nehmen eine reihe von tests vor da läuft doch schon die zeit um deine körperliche ereignung einzuschätzen sag mir wenn du bereit bist sag mir ob du noch leben willst ach bevor wir anfangen sprich bitte mit signore setto der er wohnt in dem kleinen rücksetzhaus hinter dir ach finde ihn und rede mit ihm hallo jeres etto freut mich dich dich kennenzulernen ich bin signore setto ich räume auf wenn irgendwas schief geht wenn du mist gebaut hast zögere also nicht das ganze zurückzusetzen und es neu zu versuchen keine Fragen keine Vorwürfe und wenn du feststeckst und nicht weißt was zu tun ist frag mich einfach fischwurst ich helfe immer gern bis dann ok jetzt kann es losgehen bei einem ungewöhnlichen bewerber wie dir müssen wir mit den Tests ein bisschen kreativ sein bewege 10 Objekte in den leuchtenden Ablagebereich oh vielleicht eher so das war's nicht ähm das coole ist äh die die haben alle ein unterschiedliches Gewicht ok ist das auch ein Objekt? das tat weh vielleicht sind das auch Objekte ja sind auch Objekte auch Menschen sind hier nur Objekte hopp ja schön langsam haben wir ein bisschen gefühl für das ganze ups gefühl für entschuldigung gefühl für das ganze ja oh das ist zu weit ha so viel zum gefühl ha so viel zum gefühl so noch ein großer und hier haben wir noch was kleines das war's nicht so hm du kannst schwere Sachen gut heben ja bitte zieh den Hebel wenn du bereit bist zum nächsten Test über zu gehen 3 Minuten 8 haben wir gebraucht für diesen Test wupp ups Zeit deine Reflexe zu testen bitte unterschreib hier dass du auf deine Rechte verzichtest solltest du irgendwelchen Schaden erleiden gut jetzt wird eine Kanone auf dich schi- oh auf dich schießen mit Objekten und ich muss sie fangen oder wie? fang 10 Sachen bevor sie irgendwas berühren drück den roten Knopf um den Test zu starten ok Entschuldigung so los geht's uah 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 hey kann ich vorher schon ah ich kann es vorher schon drücken ich muss nur erwischen oh der hat was berührt vorher uah 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 voll ins Gesicht uah mit deinen Armen hätte ich den Test auch bestanden hehehe weiter geht's wenn du bereit bist und achso weiter ok ah du bist bereits hier gut jetzt teste ich deine Feinmotor- uah oie Feinmotor-eureure- uah hat nichts mit Motoren zu tun Danke. Bei diesem Test musst du die Container exakt so stapeln, wie durch den gelb leuchtenden Umriss vorgegeben. Achso, geht schon. Feinmotorisch, perfekt. Die nehmen wir mit beiden Armen. Ja, und? Gut. Das AMT muss deine Bemühungen sehen. Dieser Hubschrauber bringt einen Fotoapparat. Richte ihn für ein paar Sekunden auf dein Bauwerk, aber halte deine Tentakel nicht ins Bild. Okay, den kann ich jetzt nehmen. Wie? Wie soll das gehen? Oh. Nettes Foto. Ja, ganz toll. Ja, bitte. Ich kann das Foto nicht nehmen, oder? Doch. Ja. Ich sag dir, Mann, das wird lustig. Nein, das sind Sachschäden. Mollus bezahlt uns doch ohnehin dafür, diese Bauwerke abzureißen. Du hast bloß Angst, dass du keinen Treffer erzielst. Unsinn. Wir sind nur nicht groß genug, um die Stromleitungen zurückzuziehen. Ah. Okay. Aber dieser Koloss da drüben ist es. Hey, du da. Großer, schleimiger Typ. No. Großer, schleimiger Typ. Oder Typin. Oder, äh... Hallo. Kannst du die Stromleitungen als Schleuder benutzen? Wenn ja, dann versuch, alle roten Bereiche freizuräumen. Falls du es gut machst, schuldet mir der Typ da drüben ein Mittagessen. Ups. Bom. Ja, so sieht's aus. Oh. Haha, das... Das macht... Das macht Spaß. Oh, die stehen immer noch. Moment. Erstmal hier ordentlich reinfetzen. So. Jawoll. Ups. Entschuldigung. Jetzt kommen die noch. Da... Da ist etwas ganz Schweres dabei. Das muss ich mal... Mal schauen. Das muss ich jetzt mal wegbringen. Oh. Uh. Die anderen werden nicht glauben, dass das passiert ist. Drum machen wir ein Foto. Okay. Komm, knipp sein Bild. Moment. Ohne... Ohne Schiff. Na, Foto gemacht. Wie sieht's aus? Nettes Foto. Herr Kabel? Oh, du dachtest, das würde zur Jobbeurteilung gehören? Haha, nein, nein. Wir haben Pause. Zum Test geht es da entlang. Beeil dich lieber, um bald zurück zu sein. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Oh. Da bist du ja. Ich dachte schon, du wärst abgehauen. Du hast den letzten Test verpasst. Aber ich hatte Spaß. Es ging darum, Welpen zu streicheln. Den meisten Leuten gefällt das sehr. Nun ja, nichts zu machen. Bitte drück den roten Knopf, um dein Urteil zu erhalten. Ich meine deinen Job. Deine Jobbeurteilung. Willkommen zurück, Bewerber. Verarbeite Testergebnisse. Bewerberte Welpenstreichel-Effizienz. Zähle gestapelte Kisten. Addiere entsorgte Objekte. Vermesse allgemeine Menschlichkeit. Berechnung abgeschlossen. Dein neuer Job ist... Nein, nicht schon wieder. Das AMT ist abgestürzt. Das letzte Update war wohl überstürzt. Verpasst den AMD einen ordentlichen Klaps. Das hilft gewöhnlich. Oh. Hau fest dazu. Noch einmal. Tschüss. Ja, es ist heruntergefahren. Jetzt zieh den Hebel, um das AMT neu zu starten. Dein neuer Job ist... Leitende Nachwuchskraft. Für Giftmüllentsorgung. Danke, dass du dich für AMT entschieden hast. Ich habe mich nicht entschieden dafür, aber... Gut, schönen Tag noch. Oh, naja. Du hast die Maschine gehört. Dann mal los. Dein neues Leben beginnt morgen früh. Um 5 Uhr. Tentacular. Also, dafür, dass wir so riesen Tentakel haben, lässt sich das Ding schön präzise steuern. Oh, hallo. Wie ist das gelaufen? Haben sie dich schon zum Astronauten gemacht? Ab zum Müll? Die Maschine hat was gesagt? Du kommst nicht auf den Müll. Ach so. Du meinst den Job. Ich finde, das ist auch wichtig, oder? Tja, ich schätze, dann sollte ich dir mehr erzählen. Oh, verflixt. Der Generator hat wieder einen Kurzschluss. Die Schiffe brauchen nachts wirklich Orientierung. Weißt du noch, wie du das Licht manuell anschaltest? Nö, leider. Keine Sorge. Ich erkläre es dir Schritt für Schritt. Du musst die Kurbel finden, das Schloss wegreißen, die Abdeckung öffnen und die Kurbel in den Schacht stecken. Sieh dich um. Also hier ist mal das. Jetzt fehlt nur eigentlich nur noch die Kurbel. Die wird auch irgendwo sein. Sonst nehmen wir einfach die hier. Äh. 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 Moment. Wir haben ja zwei Tentakel. So. Mit mehr Führung. Geht das schon, oder? Gut. Ich versuche den Generator zu reparieren. Während du für das Licht sorgst. Muss ich jetzt die ganze Zeit kurbeln, oder? Dreh weiter, bis ich mit der Reparatur fertig bin. Oh. Jetzt heb mich bitte auf den Balkon. Dreh weiter, bis ich mit der Kurbel in den Schacht stecken. Hier. Und nun? Dreh weiter die Kurbel. Das machen wir am besten mit beiden Tentakeln. Hör zu. Es tut mir leid, dass ich dir nichts von deiner Vergangenheit erzählt habe. Die Wahrheit ist, dass ich dich vor 16 Jahren als Ei gefunden habe. Als Ei. Hey, dreh weiter die Kurbel. Hör zu. Ja. Ja, ich dreh ja schon. Äh. So, komm. 16 Jahren als Ei gefunden habe. Du warst so niedlich als Ei. Ich meine, du bist es noch. Nur größer. Zunächst warst du wie ein Haustier. Doch du bist so viel mehr. Oh. Du bist klug und nett. Du bist mein Freund. Ich brauche dich. Ja. Er läuft wieder. Und wie schnell. Vielen Dank. Hey, es ist schon ziemlich spät. Du hast morgen einen großen Tag vor dir. Deinen ersten Arbeitstag. Du solltest dich noch ein bisschen erholen, oder? Tantakula. Tantakula. Also wenn das nicht cool gemacht... Ui. Gemacht ist. Wow, Lilly. Okay. Okay. Nee. Du willst dann deinem ersten Tag... ...auf der Kippe doch nicht zu spät sein, oder? Erster Arbeitstag. Starten. Okay. Los geht's. Erster Arbeitstag. Industrie-Müll-Kippe. Ups. Oh. Hallo, Großer. Du bist wegen des Jobs hier? Tja, ein riesiges Tentakelmonster war nicht meine erste Wahl. Aber wir kriegen das schon hin. Ich bin Pliet Brasse. Ich leite diese Kippe. Heute räumen wir dieses Chaos auf. Weil wir einen gelben Container brauchen. Okay. Such danach und... ...leg die Tanks möglichst auf das Förder... Ah, Förderband. Okay. Nur die Tanks? Was ist, wenn ich das andere Zeug auch auf die... ...gelben Container sind lauter schicke Espresso-Geräte. Ist das okay, wenn ich alles hier drauf lege? Kommt aus einem geschlossenen Mollusk-Büro. Ich lege jetzt alles hier drauf. Ich hoffe, das ist... Ach so. Das fällt hier runter. Leute wie du und ich... Wie? Wir gehören nach hier draußen. Das fällt alles runter. Ach so, die Container nicht. Okay. Gut, also... Container hier drauf. Der gelbe Container muss hier irgendwo sein. Ja, ich suche ja schon. Dann machen wir das so. Hier hinten, das sieht gelb aus. Einen gelben Container zu suchen. So habe ich mir das Leben vorgestellt. Ich auch. Ich auch. Okay, hier ist der Container. Ach, jung und ein Monster zu sein und gelbe Container zu suchen. Wie kann... Oh man, es ist der gelbe Container. Ach so, ha. Du hast ihn gefunden. Nimm ihn. Zieh ihn raus. Komm schon, nimm den gelben Container. Kann ich nicht. Oh. Einmal noch. Zieh. Oh. Boah. Was zum Kuckuck ist das Große? Alles in Ordnung, Große? Auf, auf. Wie hier rauf, oder was? Ach, süß. Höher. Oh. Moment. Wach auf. Oh. Oh. Die armen Tentakelchen. Ui, du bist wach. Also, hattest du einen guten ersten Tag? Schau dir meine Tentakel an. War nur ein Witz. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Als ich gehört habe, dass du verletzt bist. Ach, halb so wild. Kannst du mir erzählen, was passiert ist? Heiliger Lachs. Eine fliegende Untertasse. Das erklärt, warum die Kippe abgeriegelt wurde. Stell dir nur vor, ein Mensch hätte dieses Ding berührt. Oh, die Verbände? Was du da entdeckt hast, scheint... ...deine Tentakel-Spitzen heftig verbrannt zu haben. Dr. Flossenhammer war hier und hat sie verbunden. Dr. Flossenhammer. Als du bewusstlos warst. Aber du wirst morgen zu ihr gehen müssen. Okay. Ja, schon gut. Gut. Du solltest noch ein wenig schlafen. Träumen was Schönes. Okay. Fisch-Hospital, Dr. Flossenhammer. Ah, da bist du ja. Wie geht es uns heute? Alles rau und empfindlich. Völlig normal. Glaube ich. Du musst verzeihen. Ich bin so aufgeregt. Ich habe nicht viele Patienten mit Tentakeln. Aber mein medizinischer Instinkt sagt mir, dass die Verbände wasserdicht sind, dass die Spitzen deiner Tentakel verletzt waren. Du kannst sie noch benutzen, doch sie sind ein bisschen empfindlich. Lass es uns mit Krankengymnastik versuchen. Verwende die dickeren Stellen deiner Tentakeln. Hier. Und hebe die drei Betonblöcke in den gelben Bereich. Boah. Oh, das hat ordentlich Gewicht. Ja, trage schwere Objekte mit dem dickeren Bereich. Das ist total cool gemacht, weil sich das wirklich ordentlich schwer anfühlt und träge. Und auch der Controller vibriert. Wenn du beide Tentakel einsetzt, ist es ebenfalls leichter, schwere Sachen zu tragen. Ja, das ist mir mittlerweile schon klar. Gehen wir hier rüber. Du hast es verstanden. Kann ich jetzt bitte deine Saugnäpfel untersuchen? Du hast also irgendwelche Kristalle berührt? Interessant. Unglaublich. Dein Stoffwechsel ist verblüffend. Die Spitzen sind so rasch verheilt. Ah, sieht aus wie neu. Bist du sicher, dass du nicht noch eine Weile hierbleiben willst? Als meine Versuchsperson für medizinische Experimente? Nein? Nun gut. Die Verbände sollten sich jetzt gefahrlos entfernen lassen. Die Pflegerin wird dir dabei helfen. Das muss hier irgendwo sein. Moment, ich habe gerade... Geh und finde sie. Ich habe gerade was anderes vor. Moment. Oh! Oh, das hatte ich nicht vor. Moment. Ach, das geht hier nicht durch. Ach, schade. Okay. Aber das ist... Das ist cool. Ah, hallo. Da bist wir. Hör mal. Diese Verbände kann ich unmöglich von Hand entfernen. Oh. Oh. Vielleicht bekommst du sie irgendwie selbst ab. Ach, ich ahne Schlimmes. Das scheint zu funktionieren. Mach weiter. Nochmal. Nochmal. Nur noch vier Verbandsteile. Okay. Jetzt die andere. Flosse. Das war wirklich cool. Jetzt geh und sprich nochmal mit der Ärztin. Tschüss. Bis dann. Warum kann ich das jetzt nicht mehr rüber schieben? Irgendwo steckt's. Von nun an solltest du diesen Kristallen fernbleiben. Ja, danke. Du scheinst allergisch gegen sie zu sein. Ach ja. Tut mir leid wegen deines Jobs. Die Kippe ist geschlossen. Aber ich habe eine Überraschung für dich. Triff mich in der Stadt. Das ist so cool. Okay. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.